Wir befinden uns am Zechner Teicherrunden. Es ist in dem Jahr die erste Wasserdienstübung. Wir haben ein Auto versenkt am Zechner Teich mittels Hebeballon und dem Wechselladefahrzeug Knittelfeld. Eingesetzt haben wir momentan fünf Taucher. Es wird sich um drei Tauchgänge handeln. Der erste Tauchgang ist ein Arbeitstauchgang, bei dem wir das Auto versenken. Der zweite Tauchgang wird ein Suchtauchgang sein, wo wir mittels Leinenzeichen und Radialsuche das Fahrzeug suchen. Und der dritte Tauchgang wird wieder ein Arbeitstauchgang sein, wo wir mittels Hebeballon das Fahrzeug bergen werden und ans Ufer bringen und mittels Wechselladefahrzeug wieder versorgen. Verwögelade Polizei 22 Jetzt Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018